Robben! Mach die Robbe, Robbe, mach die Robbe, Robbe! Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Nier Replikant. Schau, nichts gut ist gonna happen, wenn du mit mir steckst. Also mach wie ich gesagt und geh. Ja. Ach schade, ich dachte man hätte noch ein bisschen quatschen können mit der. Ja, du kannst es haben, ne? Okay. Ja, hat er recht, hat er recht. So, dann lass mal gucken. So, ja speichern wir mal schön. Ja gut. Lass mal gucken, vielleicht haben wir auch hier rufen. Welches Tier kann ich nicht rufen? Magische Fähigkeiten, Dunkellanze. Ausweichen. Dunkele Explosion. Aha. Dunkelhand. Das ist halt schon cool, der Move. Da ist wieder was für uns. Tröpfchen. Tröpfchen. Oh. Auf. Gibt's hier? Zeitigung. Und ein wenig Geld. Nice. Oh, sie ist so nett. Ja, wir gehen wieder. Ja, wir gehen wieder. Der schwarze Schrauch erscheint, dass sie auf eine furchtige Zeit überwachsen ist. Sie braucht etwas, um ihre Schmerzen zu stoppen. Mal sehen, ob Popola eine Idee hat. Was ist eigentlich da unten? Ja, gar nichts. Okay. Ja. Ah, da oben ist noch ein Quest. Da holen wir uns gleich. Ja, natürlich. Popola hat mich gefragt, ob sie ihre Buchstaben organisieren, aber es ist ein sehr großer Job. Ich hoffe, dass du ein paar von ihnen ausgleichen kannst. Ja. Aha. Oben. Muss man jetzt überall probieren, wo das reinpasst, oder wie? Da. Hier ist der Spot. Wieder zu ihr zurück, oder wie? Oh, ist das ein toller Quest. Das erste Buch ist all... Danke. Jetzt, das Buch zu der dritte Schmerzen von der Seite, auf der dritte Seite, auf der dritte Seite. Hey, Weiss? Ja, lad? Aren't you all powerful? Can't you just, you know, use magic to zap this place into shape? The infinite power of Grimoire Weiss ist nicht zu behert für solche Triviale Taschen. Das ist nicht Trivial. You are the one, so enamored with hard, honest work. Der Weiss ist so cool. Here we are. So, ich hoffe, dass ihr jetzt nicht mehr viel habt, dann mach ich das gleich alles. So, Mädel. Dafür muss er auch mit mir essen gehen, mach. Oh, wow. Das ist eine große Lose aus meiner Meinung. Es ist immer schön, jemanden zu treffen, der den Wert von einem guten Buch hat, du weißt? Ja. Anyway. Hier ist deine Reward. Ja! Deine Telefonnummer. Dankeschön. 500 Gold. Nice. Ja, doch. Hat sich gelohnt. Für zwei Bücher. Das hättest du auch allein geschafft. Ähm... Ja, hier müssen wir rein. Ja. Hey, Popola. Ja. Okay. Ja. Ja. Kannst du zwei Medizinische Herben aus den Norden Plänen für mich? Ich habe mich jetzt schon überrascht, und ich brauche einen Anwendung. Sie werden meistens in Blatt oder bei den Bäsern von Bäumen. Ich glaube, dass sie zu schwer finden werden. Zwei Medizinische Herben. Du hast... Danke für diese Herben für mich. Ich muss mich bald sein, wenn ich diese Sachen brauche. Oh, nochmal 500 Gold, ja. Okay. Nicht schlecht. Gut. Na dann... Gehen wir mal raus, muss ich sagen. Da bin ich schon wieder eins. So, ähm... Da muss ich rein, ja genau. So. Hühner? Ah ja, da bin ich richtig. Okay, dann machen wir uns auf den Weg. Hier waren wir noch nie, soweit ich weiß. Boah, was ist da vorne los? Kämpfen die gegeneinander? Ah, da ist... Ja, gut. Weg mit den Shades. Alter. Bam. Oh mein Gott. Jetzt kommt auch noch der... Ja, toll. Voll Überschwendung. Hallo. Hör doch auf. Blödes Viech. Was? Game over. Was? Nein. Nein. Es wird schwierig. Es wird schwierig. Es wird schwierig. Wieso war das überhaupt Agro auf mich? Ich hab denen doch nichts getan. Oh mein Gott. Das ist ein... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. darf ich jetzt weg dem kann ich die rüstung durchbrechen oder das schild halt sehr praktisch aber mein leben sollte ich auch immer im auge behalten kleiner rabauke du warum leben nicht so lang hier high level hier alter freund so nimm das holz ok ja was war das jetzt eine waffe ich kann ich denn die wechsel hallo ach da ja es ist eine waffe schön dank schön ganz anderer kampfstil jetzt so und ihr jetzt meine freunde weil ihr euch eingemischt habt ihr den nächsten ihr hirschen auch schön looten ein hirsch nice sind einfach nur so da oder ja ich dachte die bewachen irgendwas vielleicht erkennt ihr nicht den schatz zu erhirschen doch mal lieber freund hast du noch was zu sagen nix ok haha ein neues schwert finde ich schon geil stopp du hirsch entweder halten die wirklich viel aus oder das buch ist einfach nur schwach eins von beiden da ist was versteckt im eck kupfer herz los von vors vors しょう sieht aus wie griechenland irgendwie griechisch angetatscht ich habe so eine ahnung dass wir das in den leuchtturm anfeuern ist wahrscheinlich schlauer die fischer zu fragen so man kann also nicht wahllos in die häuser gehen hallo meine freunde ok die lege ist nicht so gefragt war der fisch schon machst du hier ja ok ist gut ich bin mit da kann man nicht rein schwimmen können wir ja sowieso nicht das ist die hauptstraße schätze ich mal mit diversen shops kann man hier kaufen ja komm sag mal was du hast melonen flachkörpers und so sachen ja gut das mache ich alles offscreen bitteschön ja hey ist da sieht interessant aus robben mach die raube raube macht die raube raube cool bestimmt nicht warum nicht ja ja in that case i shall locate an expert in the field wait you can do that nothing is beyond the ability of grimoire vice then why didn't you suggest that in the first place so blöd einfach you humans are always asking for help rather than thinking for yourselves it really is a loose habit ich weiß nicht will ich ja komm ich will wow du bist ein buch verdammt sag mir einfach wo der ist und fertig aha da lang ja da komme ich zum leuchtturm wie ich schon geahnt habe mit der leuchtturm was damit zu tun aha ganz nach oben ganz nach oben aber da ist niemand okay kann man runterspringen nee kann man natürlich nicht schade so oh Gott aber hier kann man runterspringen ja wenn du es sagst wieso kann man hier nicht drüber hier kann man auch nicht runter ach man und damit sind wir leider auch schon am ende der folge angekommen wenn es euch gefallen hat lasst eine positive bewertung da und wir sehen uns dann in der nächsten folge tschüss 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 Vielen Dank.